Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Kombinatorisches Geschick. Ruhig bleiben, Edna. Der Schalter lässt sich ganz einfach per Hand bedienen. Vielleicht können wir irgendetwas kombinieren. Befreiungsutensilien der ersten Stunde. Irgendwann baue ich eine Vitrine für die beiden. Vielleicht die Glühbirne kaputt machen. Ja, aber da kommt man auch nicht dran. Das ist auch nichts. Hm, was liegt hier noch so rum? Können die Alfpuppe verschandeln, aber ich denke nicht, dass es uns irgendwas bringt. Hey, ganz böse. Da kommt sie nicht dran, oder? Vielleicht mit dem Polo-Schwinder. Nein, darüber denkst du jetzt nach. Wenn ihr mein Arsenal für die psychologische Kriegsführung erschöpft habt. Hm. Das bringt jetzt alles irgendwie nicht weiter. Hm, hm. Ich glaube nicht, dass es uns weiterbringt, wenn wir die Taste ganz aufdrücken. Pflanzesäule und eine Dachluke. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Ja, und wenn du die Dachluke kaputt schlägst. Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. Ja, dann schieb die Säule nach da hinten. Hm. Jetzt kann man in die Tür nicht mehr rein. Was bringt es uns, diese Tür zu blockieren? Dass da keiner mehr reinkommt. Aber wir kommen dann auch nicht mehr da rein. Von daher haben wir davon... Wenn man das von außen machen kann. Kommt man durch die Dachluke vielleicht von außen? Dann schauen wir mal nach. Wo ging es lang? Da, da raus. Hier rüber. Und die Dachluke müsste ja eigentlich irgendwo da sein. Ja. Okay, da ist sie aber nicht. Geh mal einmal rum. Vielleicht ist sie woanders. Vielleicht haben wir hier auch irgendwas übersehen. Ich habe die Ferne noch gar nicht angeguckt. Und unten haben wir auch noch nicht angeguckt. Schau an, unten. Vielleicht fällt sie runter, wenn sie runterschaut. Wow. Ach doch, das haben wir schon angeschaut. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Stimmt. Und die Ferne? Da ist ein Wald hinter der Mauer. Dann ein Fluss, über den eine Brücke führt. Ich erkenne einen Friedhof und eine Kirche. Und dann Häuser. Ist das da unser Haus? Ja. Ich muss dringend nach Hause. Ja, dann geh. Was auch immer Dr. Marcel vertuscht. Dort werde ich den Hinweis finden, der mir hilft, mich zu erinnern. Hm, du könntest dich ja zurück-tele-transmorphen. Hm. So, Dachluke, Dachluke, Dachluke. Ist hier nirgends. Ist hier noch irgendwas? Vor-zurück. Gehe zurück. Zu-zurück vor allem. Das bringt uns auch nicht weiter. Und da kommen wir vor allem nicht. Aber warum nicht? Wir könnten hier mal irgendeine Falle stellen, aber... Das bringt uns alles nicht weiter. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Aber wir haben das doch schon mal geschafft, da außen rum zu gehen. Na ja, aber dann ist er uns hinterher gerannt, sobald wir zurück sind. Das bringt uns alles überhaupt nicht, Leute. Da hilft auch kein Dünger mehr. Schade. Dann machen wir das jetzt nochmal. Vielleicht fällt dir irgendwas ein. Letztes Mal haben wir es so gemacht. Ich verdufte lieber. So. Warte gefälligst! Ja, genau. Dann sind wir hier rein. Und dann da raus. Und dann da raus, ja. Und dann weg. Und dann kommt der Typ. Hä? Diesmal kommt der Typ gar nicht. Ja, aufs Dach kommt der ja auch nicht. Ja, aber er ist ans Fenster gekommen, sonst immer und gesagt. Ich warte hier, irgendwann musst du hier runterkommen. Stimmt. Vielleicht fahren wir diesmal schneller. Möglich. Was soll das? Oder zu schnell. Ah, er muss wahrscheinlich an dem Fenster warten. Kommst du mal dazu, hier frei herumzulaufen? Wie bist du da rausgekommen? Ja, ja, ja. Bla 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 bla. Hatten wir alles schon. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Aha. Machen wir es nochmal. Okay. Mach mal. Und diesmal warten wir draußen vom Fenster, bis der Typ kommt. Und wieder vor. Hey! Oh, oh. Ich ver... Dann da rein. Und dann sind wir da raus. Das war wohl zu langsam. Warum geht sie dann auch zurück? Was soll das? Abbrechen. Bla 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 bla. Mann, Mann, Mann. Ich habe einen Kunstwerk. Du bist einfach nicht schnell genug. Appü. Appü. Ich wollte nur nicht zu schnell sein. Du musst dann draußen nicht zu schnell sein. Ja. Ja. Mann, Mann. Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. Warte gefälligst. Warte gefälligst. Als ob das jemand machen würde. Dann da raus. Und da jetzt warten. Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir doch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Prof jetzt Verhöhenangst? Feigling! Feigling! Ja, lach nur. Weil irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Hm. Was können wir denn jetzt machen? Vielleicht können wir jetzt mit dem irgendwas machen. Rede mal mit ihm. Ja, jetzt können wir dem das geben. Okay, mach mal. Willst du vielleicht etwas lesen? Gute Idee, Schätzchen. Ich stehe total auf, Käpt'n. Äh. Austauschbar. Komm einfach rüber und gib mir das Heft. Yep. Hm. Ich trau dir nicht. Ich behalte das Comic-Heft lieber. Hm. Das können wir ihn jetzt mit dem Schläger-K.O. schlagen. Mhm. Bestimmt. Was hältst du von einem Duell? Na klar, Süße. Komm einfach rüber zu mir ins Fenster. Hm. Vergiss es. Hm. Wie lange willst du da noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei Wege von diesem Dach. Und einer führt dann mehr vorbei. Aber glaub mir, der andere ist noch schmerzvoller. So oder so. Er weiß auch. Du kannst nicht ewig da draußen bleiben. Wieso? Was willst du dagegen tun? Ähm. Willst du die Klimaanlage ausstellen? Willst du die Klimaanlage ausstellen? Apropos. Du solltest nicht so lange am offenen Fenster stehen. Ein Vogel könnte sich in deiner Hohlbirne einnisten. Oh, du! Mach's gut. Ich geh meine Freiheit genießen. Hm. Wie lange willst du da noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei Wege von diesem Dach. Aber glaub's. Hm. Willst du den Telefonjoker nehmen? Ein 5-Jer- Oh, du! Mach's gut. Nicht abbrechen, wenn wir es noch nicht hatten. Wieso überspringst du Dinge, die wir noch nicht hatten? So, dann gehen wir hinten rum. Aber das sah sinnlos aus. Na egal. Das Spiel muss doch lustig sein. So, und hier. Das bringt uns irgendwie auch ein... Wenn wir da jetzt reingehen. Vielleicht können wir uns jetzt von hinten an den Rand schleichen und den K.O. schlagen. Mach du mal. Das ist nur eine Idee. Okay. Wenn wir jetzt da reingehen. Aber die Tür ist wahrscheinlich zu laut. Ich komme ihm lieber nicht zu nah. Ja, jetzt lauf da schnell. Beeil dich mal. Da unten. Ja, aber dann rennt er uns wieder hinterher. Guck. Nicht so schnell, Süße. Hab ich dich doch noch erwähnt? Wie kommst du noch? Mami. Hm. Wenn wir die Säule davor schließen, prägt das auch nichts. Vielleicht... Nee. Wir haben ja nichts derentsprechend. Ich dachte, vielleicht können wir noch was da drunter klemmen. Dass wenn die Säule davor steht... Guck mal die Säule, wenn man die davor stellt. Dass man da noch was drauf stellt. Warte, benutze. Lexikon mit Säule. Jetzt lässt sich die Klinke nicht rein. Das war doch klar. Okay, das ergibt es den. Okay, dann nehmen wir das Lexikon mal wieder. Und tun noch die Säule zurück. Okay, dann haben wir ja die Lösung. Gut, dann um die Ecke. Hey! Oh, oh. Bla bla bla, bla bla bla, das hatten wir schon. Los geht's. Und rein da. Schnell, 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 schnell. Und rein da oder raus eher. Und dann gehen wir da rüber. Was soll das? Komm doch raus und hol mich. Ja, ich glaube nicht. Hat unser Minigolf Pro 445 verfinanzt? Ja, lach nur. Und dann kannst du was erleben. Ich glaube nicht. So, dann schauen wir mal so da rüber und dahinter. Gehe zu Gitter und rüber. Los krieg ich Edna. Und dann hier rüber. Und dann benutzen Säule. Und Lexikon mit Säule. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Das mache ich nämlich in meinem Zimmer oft genug. Hey! Was soll das? Ich bin hier noch drin. Ja, eben. Hallo! Hulger! Dr. Marcel! Irgendwer! Versagt. So, dann können wir hier noch irgendwas machen. Die Tür zum Beispiel irgendwie. Oh, nein, nein, nein. Nicht zurück. Schau an Tür. Das ist offensichtlich die Tür zu meiner Zelle. Ich hatte mir diese Seite anders vorgestellt. Hm, können wir die vielleicht irgendwie aufmachen? Auch von dieser Seite? Verschlossen. Hm, okay, dann sind wir jetzt unten. Das sind ja ganz neue Perspektiven. Ja, zum Beispiel die durchs Sichtfenster. Da sitzt ein Wächter in dem Raum. Er starrt auf eine Wand voller Überwachungsmonitore. Ah, das ist der, den wir das Kabelfernsehen, ey, das das Fernsehen abgedreht haben, ja. Oh, oh. Da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ähm, ähm. Ich bin das Erste. Ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, wer sonst? Hör mal. Ich störe mich nicht, okay? Okay. Okay, äh, vielleicht können wir den Wasserspender benutzen. Hm, leer. Und den Mülleimer ansehen? Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Du bist eine Irre. Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Okay, ähm. Kann man das trotzdem mitnehmen? Der hat den Schlüssel. Kann man das mitnehmen? Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierauswand groß. Ich nehme ein besonders siffiges Exemplar. Okay. Lecker. Können wir uns den Schlüssel klauen? Ich versuch's einfach. Pfoten weg. Der dreht sich nicht mehr um. Der dreht sich nicht mehr um. Ich sag, ich mag der Comic-Hefte. Ähm. Ich hab keinen Mauszeuger. Ich kann nichts mehr machen. Das war wohl nix. Okay. Das hat wohl nur ein wenig gedauert. Schlüssel, Wächter, Kontrollpult. Benutzen Comic-Heft mit Wächter. Möchtest du lieber was lesen? Nerv nicht. Fernseh-Junkie. Hm. Lieber nicht. Noch ignoriert er mich. Okay. Dann gehen wir mal vorsichtbar wieder raus. Mal weiterschauen. So, äh, da geht's noch runter und da geht's noch weiter. Ah, ein Klo. Hm. Waschbecken. Ja, du musst nicht mal schauen. Wir sehen doch alles. Seife. Seife, Gründerin der Zivilisation. Nimm Seife. Hm, und jetzt? Benutze Waschbecken. Benutze Wasserbecher mit Seife. Was willst du damit erreichen? Lauberen Dreck? Okay.